Musik Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Strandes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten. Hilf mir! Hilfe! Wenn Sie mich wollen, können Sie mich haben. Ein andermal vielleicht. Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Die Stadt hat uns die Gelder gestrichen. Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern! Er ist leichtsinnig. Weck das, das alte! Und er hat zwei Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen null. Da liegt eine Leiche an unserem Strand. Das gehört nicht zu unserem Job. Mein Bauch sagt, dass da irgendeine kranke Scheiße abgeht und meine Eier, geh dem auf den Grund. Meine Eier sagen, lass uns bloß nichts überstürzen. Alter, wieso klingen deine Eier wie dreijährige Mädchen? Keine Ahnung, Mann. So reden die halt. Aber die sind weise. Willkommen bei Baywatch. Sag mal, musst du mich so angrapschen? Wieso sieht es immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen? Du siehst das auch? Was glaubt ihr, wo wir hier sind? Bei den vernamten X-Games? Sorry! Wir waren gerade auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd. Eine Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd? Wollt ihr mich verarschen? Wie erkläre ich's, damit ihr sonnenverbrannten Hirnis das versteht? Sonnenverbrannte Hirnis? Sonnenverbrannte Hirnis? Oh, damit muss er dich meinen. Ich krieg keinen Sonnenbrand. Alles klar. Immer doch, Bruder. Oh, oh, oh. Wir sind die Besten der Besten. Wir sind das Herz und die Seele dieses Strandes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten. Das hat doch nichts mit Menschen retten zu tun. Das sind Kühlschränke! Nein! Das ist Baywatch, du Pussy! Bei diesem Job planschen wir nicht nur im Wasser rum. Victoria Leeds, die neue Besitzerin vom Huntley Club. Drogen, Mord. Das fing alles an, seit Leeds den Laden leitet. Ich dachte, wir sind Rettungsschwimmer. Alles, worüber ihr hier redet, klingt nach einer sehr unterhaltsamen, aber ziemlich weit hergeholten TV-Serie. Wieso sieht das immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen? Du siehst das auch? Wieso wollen sie hier den Helden spielen? Weil ich Baywatch bin, du Miststück. Ab in die Haier, Pussy. Wetter, zur Seite! Nimm meine Hand! Was glaubt ihr, wo wir hier sind bei den vernamten X-Games? Ja, wir waren gerade auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd. Mehr Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd? Wollt ihr mich verarschen? Und selbst wenn ihr die Polizei wärt, wäre das trotzdem noch total illegal. Okay, dann ist es ja gut, dass wir nicht die Polizei sind. Willkommen bei Baywatch. Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Strandes. Ach, komm, Pete, mach mir größere Brustmuskeln und verdeck mir meine Frontbeule nicht. Geht klar, Riesenschwanz! Megaschwanz! Hey, kleine Meerjungfrau, willst du dich auch bewerben? Ich muss mich nicht bewerben, ich bin Matt Brody. Ich hab zwei Goldmedaillen. Oh! Hey! Das ist Matt Brody. Matt Brody, ja! Ist uns immer noch scheißegal. Guckst du gerade auf meine Brüste? Ich. Nicht hier. Hier. Wenn du ins Team willst, One Direction, musst du es dir verdienen. Das hat doch nichts mit Menschenretten zu tun! Das sind Kühlschränke! Das ist Baywatch, du Pussy! Ist schon klar, du bist Großbergfurt, aber ich bin schnell. Scheiße! Drogen, Mord, Leiche an unserem Strand. Das fing alles an, seit sie hier aufgetaucht ist. Manche Menschen führen Böses im Schilde. Wir müssen machen, was wir bei Baywatch am besten können. Ihr seid Rettungsschwimmer, nicht die Polizei. Let's splash! Wieso sieht das immer so aus, als ob sie ins Headlupe läuft? Ihretwegen glaube ich an Gott. Yes! Wir gehen undercover rein. Nur zum Teufel ist Brody. Wieso trägst du Make-up, Mann? Wie soll das heißen, wieso trage ich Make-up? Das ist ein bisschen too much. Also, ich finde, ich sehe richtig geil aus. Alles klar? Ich bin der Ozean, Bitch. Jason Bourne ist ein Scheiß gegen mich. Los, los, los! Wieso sind wir in der Leichenhalle? Weil wir nach Beweisen suchen. Da kommt jemand. Was machen wir jetzt? Wir verstecken uns. Wo denn? Ich liege auf einer toten alten Frau. Warum hast du dir auch das vorausgesucht? Da ist was auf mich getropft. Das ist nur ein bisschen Leichenfett. Nekrotisches, flüssiges Fett. Jetzt hör auf rum zu flenden. Das war's, Mirals! Du vergisst niemals den Menschen, der dir dein Herz stiehlt. Oder den Menschen, der dich schön verarscht. Was für eine Meise! Der Scheiß, der hier abgeht, stinkt schlimmer als toter Fisch. Und meine Eier sagen mir, wir sehen uns das besser an. Das ist keine gute Idee, Mitch. Wir sind Rettungsschwimmer. Und meine Eier sagen, lass uns bloß nichts überstürzen. Tja, meine Eier sagen, scheiß auf das Gejammer. Lass uns das wie Männer regeln. Immer geht's nach deinen Eiern. Baywatch funktioniert, weil wir uns an Regeln halten. Lasst uns Feuers! Der Typ ist doch ein Totalausfall. Ich bin Matt Brody. Alles klar, das interessiert mich im Scheiß. Er ist einer der besten Schwimmer der Welt. Er ist wie, wenn ein Mensch einen Jetski ficken würde. Was zwar unmöglich ist, aber so cool wäre. Hier kannst du schlafen. Aber wickst ja nicht auf meine Lachen. Hey, fuck. Leon, bring ihm Manieren bei. Viel Spaß mit ihm, Jungs. Jetzt geht's in die Heier, Mitch. Willst du jetzt euer Daddy? Ich meine ja nur, die ganze Geschichte hätte auch noch viel schlimmer ausgehen können, oder? Hey, ein Fuß, das bringt Glück. Heb ihn auf. Vielleicht finden wir in der Leichenhalle Beweise. Such seinen Damm nach Einstichnach. Ich soll seinen Damm untersuchen? Jetzt sei kein Baby und heb seinen Hodensack hoch. Alter, es ist ein Damm, okay? Du hast gar nicht hingeschaut. Genäher. Das riecht nach Joghurt. Da ist ein Loch. Nein, ist nur sein Po-Loch. Lächeln. Das poste ich gleich. Nein, poste das nicht. Ist doch nur eine Handvoll behaarte Eier. Was glaubt ihr, wo wir hier sind? Bei den verdammten X-Games? Wir waren gerade auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd. Oh, okay. Mein Fehler. Ihr wart auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd? Sagt mal, wollt ihr mich verarschen? Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Strandes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Wir gehen dabei bis zum Äußersten. Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Die Stadt hat uns die Gelder gestrichen. Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody. Bereit zum Dienst. Guckst du, äh, gerade auf meine Brüste? Ich, äh... Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's. Aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die Pär bringen, die wir brauchen? Er ist leichtsinnig. Rektor, zur Seite! Und er hat zwei Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen null. Mein Bauch sagt, dass da irgendeine kranke Scheiße abgeht. Und meine Eier geht ihm auf den Grund. Meine Eier sagen, lass uns bloß nichts überstürzen. Alter, wieso klingen deine Eier wie dreijährige Mädchen? Keine Ahnung, Mann. So reden die halt. Aber die sind weise. Willkommen bei Baywatch. Sag mal, musst du mich so angrapschen? Wieso sieht das immer so aus, als würde sie in Zeitlupe laufen? Du siehst das auch? Come on. Ich dachte, wir sind Rettungsschwimmer. Alles, worüber ihr hier redet, klingt nach einer sehr unterhaltsamen, aber ziemlich weit hergeholten TV-Serie.